Willkommen zurück zu meiner KI-Kunstausstellung. Bewundert meine neuen Werke. Okay, Spaß beiseite. Ich bin Donnerzio 04 und im letzten Video haben wir die KI installiert. Und in diesem Video werden wir ein paar Grundlagen kennenlernen. Ich habe dazu das Programm bereits geupdatet und gestartet. Wie ihr das macht, habt ihr im letzten Video ja gesehen. Muss ich nicht nochmal zeigen. Und ich habe noch zusätzlich die große Model-Datei in den entsprechenden Ordner kopiert. Ich habe jetzt also die kleine und die große drin. Letzten Endes ist es aber egal, welche ihr verwendet. Das ist nur zum Hinweis, ich verwende gerade das 7,5 GB Model. Aber fangen wir an mit dem Tutorial. Wir wollen ja keine Zeit verlieren. Zuallererst werden wir uns um Prompts kümmern. Prompts sind sehr wichtig und können das Ergebnis natürlich enorm beeinflussen. Und deswegen werden wir uns darum zuerst kümmern. Was gibt es bei Prompts zu beachten? Man könnte jetzt zum Beispiel einen relativ einfachen Satz hineinschreiben, wie zum Beispiel Close-Up Portrait of a beautiful Japanese girl with white dress. Und dann habe ich noch hinzugefügt, Komma, Outdoor. Damit die KI weiß, dass das japanische Mädchen draußen sein soll. Das generieren wir jetzt einfach mal auf die Schnelle. Und so sieht das Ganze aus. Hm. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie doch ein bisschen langweilig. Oder was denkt ihr? Und da kann man tatsächlich ein bisschen Abhilfe schaffen. Man kann noch ein paar ergänzende Worte hinten ranhängen, die das Ganze ein bisschen, sagen wir, aufpeppen. Und da könnte man zum Beispiel hinzufügen, High Detailed, Nikon D850, eine Kamera, Artstation, eine Plattform für Kunst und Illustrated by Sophie Anderson, eine Künstlerin. Und dann würde das Ganze wie folgt aussehen. Zack. Sieht doch schon wesentlich ansprechender und vor allem völlig anders aus. Und das Ganze schauen wir uns jetzt noch mal in einem Vergleichsbild an, was ich für euch hergestellt habe, beziehungsweise generiert habe. Und zwar wie folgt. Wenn wir beispielsweise High Detailed, Nikon D850, Artstation und Illustrated by Sophie Anderson nicht hinzuschreiben, kommt dieses Bild raus, was ihr vorhin gesehen habt. Wenn wir alles hinzufügen, kommt hier rechts unten das Bild heraus. Ihr seht also, da gibt es jetzt 16 verschiedene Varianten und diese sehen sehr, sehr unterschiedlich zum Teil aus. Aber irgendwo gleichen sie sich auch irgendwo. Ihr seht, wenn ich Artstation hinzufüge, wird daraus ein eher künstlerischer, gemalter Look. Wenn ich eine Künstlerin hinzufüge, zum Beispiel Sophie Anderson, dann wird ein Bild in ihrem Stil generiert. In dem Fall ein eher älterer Stil. So würde man heute wahrscheinlich nicht mehr malen. Bei Artstation ist es eher ein Stil, wie man es heute malen würde. Ein eher modernerer Stil. Und das Ganze dann kombiniert in dem unteren Bild, Artstation und Illustrated by Sophie Anderson. Wenn Sophie Anderson heute noch leben würde, dann würde sie wahrscheinlich so malen. Okay, wahrscheinlich nicht. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. So, dann habe ich noch hinzugefügt Highly Daytelit, um ein paar mehr Details in die Bilder zu bekommen. Und teilweise funktioniert das ganz gut und teilweise kommt einfach nur ein anderes Bild raus. Aber in jedem Fall kommt ein anderes Bild raus. Und das ist gut zu wissen. Dann habe ich noch hinzugefügt eine Kamera, um dem Ganzen einen leichten oder starken Fototouch zu geben. Ja, könnte man jetzt auch eine andere Kamera hinschreiben. Zum Beispiel eine Canon 50D oder sowas. Muss jetzt keine Nikon sein. Aber man bekommt tatsächlich bei jeder anderen Kamera auch ein anderes Ergebnis. Das ist ziemlich verwirrend und ziemlich verrückt auf jeden Fall. Sollte man wissen, bekommt man auf jeden Fall ein eher mehr in Richtung Fotogenes Ergebnis. Hier unten sieht man das sehr deutlich. Vorher so ein gemaltes und dann ein eher ein bisschen mehr Fotolike. Das kann ich auch noch ein bisschen reinzoomen. Hier sieht man das ziemlich deutlich. Ähm, genau. Die beiden sind definitiv gemalt. Und das ist eher mehr so Fotolike. Und dann ganz rechts haben wir dann quasi mehr oder weniger eine Zwischenversion. Gut, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ähm, gut. Haben wir das auch geklärt. Wir können natürlich noch weitere Wörter hinzufügen. Und da gibt es beispielsweise dann auch noch sowas wie Dramatic Lightning. Dramatisches Licht. Und man bekommt wieder ein völlig anderes Ergebnis. Und das, obwohl ich im Grunde nur zwei Wörter hinzugefügt habe. Und das sind die wichtigen Sachen, die man lernen muss bei den Prompts. Dass solche kleinen Sachen wie Dramatic Lightning oder Künstlernamen etc. pp. vieles verändern können. Ihr könnt auch zufällige Künstlernamen hinzufügen. Add Random Artist to the Prompt. Dann übert hier noch ein zu, ähm, Random Name. Fiona Rare. Keine Ahnung, wer das ist. Hinzugefügt. Aus einer Liste von, keine Ahnung, 2000 Künstlern oder so. Ich weiß es nicht. Gut. Jetzt fragt ihr euch natürlich, hm, aber wie, woher kenne ich diese ganzen Wörter, die man noch zusätzlich hinten ranhängen kann, um das Bild ein bisschen zu verändern. Und da gibt es eine sehr coole Plattformen. Und da könnt ihr euch allgemein wegen Prompts ein bisschen informieren und euch da mal angucken, was andere gemacht haben. Da gibt es nämlich Lexika. Lexika.art. Verlinke ich in der Videobeschreibung. Und dort seht ihr mit Stable Diffusion generierte Kunst. Ihr seht auf jeden Fall, man kann hier auch die Prompts sehen. Man kann auch direkt nach Prompts suchen. Zum Beispiel nach Wolf. Ich möchte jetzt Bilder mit Wölfen. Und dann können wir da mal gucken, was gibt es denn so Portrait of Iron Chaney Juniors Wolfman. Okay. Fantasy Character Portrait und so weiter und so fort. Da ist auf jeden Fall viel möglich. Schaut da rein. Da könnt ihr auf jeden Fall ein paar Sachen sehen, auch ein paar Künstlernamen. Trending on Artstation statt nur Artstation. Oder 8K wird auch gerne verwendet. und andere Künstlernamen etc. pp. Also da solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken. Lexika. Haben wir das auch geklärt? Prompts. Dann kann man die Gewichtung der einzelnen Prompts ändern. Wenn ich jetzt beispielsweise nehmen wir mal Illustrated bei Sophie Anderson. Wenn ich das jetzt mehr Gewicht verleihen will. Ich finde jetzt der Stil von Sophie Anderson ist ein bisschen verloren gegangen. und dann kann ich das Ganze in Klammern schreiben. Illustrated bei Sophie Anderson in Klammern und bekomme dann wieder ein völlig anderes neues Ergebnis. Und das Ganze sieht dann so aus. Na gut, so völlig neu ist es nicht. Aber wir können das Ganze auch in doppelt oder dreifachen Klammern schreiben. Und je öfter wir das in Klammern schreiben, desto mehr Gewicht bekommt dieser Teil der Prompts. Und jetzt sollte da wirklich ein bisschen mehr Illustrated bei Sophie Anderson rauskommen. Und tada! Sieht schon deutlich mehr in die Richtung von Sophie Anderson aus. Ihr könnt auch eckige Klammern verwenden, um bestimmten Prompts weniger Gewichtung zu geben. Machen wir zum Beispiel bei Dramatic Lightning. Da machen wir jetzt einfach mal ein paar eckige Klammern hin, um dem Ganzen ein bisschen weniger Gewicht zu geben. Und schauen einfach mal, ob das funktioniert. und schon sieht es mehr aus, wie das Bild, bevor wir Dramatic Lightning eingegeben haben. Zwar nicht ganz exakt so, wie das Bild davor, aber schon ein bisschen mehr in die Richtung. Und jetzt kann ich natürlich auch wieder eckige Klammern entfernen. Machen wir zum Beispiel mal nur einmal eckige Klammern und dann müsste es schon ein bisschen mehr Dramatic Lightning werden oder ein bisschen deutlich mehr. Ja, jetzt geht es deutlich mehr in die Richtung und wenn ich es komplett entferne, müsste es dann wieder das Ursprungsbild sein. Gut. Genau. Also ihr könnt auf jeden Fall mit runden und eckigen Klammern, ihr könnt da alles Mögliche kombinieren, wie ihr das möchtet. Ihr könnt auch Negative Prompts verwenden, wenn ihr zum Beispiel jetzt keine roten Lippen haben wollt, weil die Dame hat offensichtlich rote Lippen. Dann könnt ihr zum Beispiel hier Red Lips eingeben beispielsweise und dann wird er das Bild ohne rote Lippen generieren. Das Problem an der Sache, wie man hier deutlich und unschwer erkennen kann, es ist quasi ein völlig anderes Bild. Die Dame hat zwar hier keine roten Lippen auf dem Bild, aber es ist nicht das Bild, was wir eigentlich ursprünglich wollten. Kommen wir nun zu den anderen Punkten. Sampling Steps. Und die Sampler. Da gibt es sehr viele verschiedene Sampler und da habe ich auch eine Grafik vorbereitet, weil das ohne Grafik zu erklären ist jetzt ein bisschen knifflig und deswegen habe ich da eine Grafik vorbereitet. Und zwar habe ich verschiedene Sampler mit verschiedenen Steps. Immer das gleiche Bild. Das ist wie gesagt etwas knifflig. Während die mit A am Ende, wie Euler A, DPM2 A und DPM2 A Karas, also die mit dem A sehr kreativ sind und sehr unterschiedliche Ergebnisse liefern, je mehr Steps wir drin haben. Also es kann sehr, sehr unterschiedlich sein, das Ergebnis. Ist es bei Euler, LMS, Heuen und DPM2 zum Beispiel eher so, dass nur die Qualität des Bildes erhöht wird, je mehr Steps wir haben, aber das Bild an sich dasselbe bleibt. Und das kann ich jetzt auch mal kurz demonstrieren. Wir haben jetzt hier Euler A gewählt, haben 20 Steps und wenn ich jetzt 30 Steps wähle beispielsweise, kann da ein völlig anderes Bild bei rauskommen. Das Bild wird nicht in der Qualität irgendwie besser dadurch, sondern wird einfach komplett verändert. Das kann gut sein, kann aber auch schlecht sein, ist immer ein bisschen knifflig, dann natürlich die richtigen Steps auszuprobieren. Wie ihr seht, da ist wirklich alles Mögliche drin, aber es ist halt nicht irgendwie, dass dadurch die Qualität gesteigert wird, durch die Steps. Gut, das solltet ihr wissen. Das ist bei Euler ohne A zum Beispiel völlig anders. Wenn ich jetzt hier bei 30 mache, 30 Steps, dann werden wir dasselbe Ergebnis haben, was ich auch bei 40 Steps habe, aber natürlich dann in einer etwas besseren Qualität bei 40 Steps. Zumindest was die KI unter Qualität versteht. Was wir Menschen unter Qualität verstehen, ist ja dann am Ende nochmal etwas völlig anderes. Und wie man sieht, ist es einfach dasselbe Bild, nur nochmal erweitert, verbessert und so weiter. Gut, das sollte verstanden sein, denke ich mal. Also Euler, LMS, Heun und DRM2 verbessern eher die Qualität nach hinten. Gut. Ja. Und die mit dem A, bei denen ist das nicht so. So, dann haben wir die PM Fast. Das ist vergleichbar mit den, mit A. Da wird auch das Bild immer mal wieder ein bisschen verändert. Aber dafür bekommt man bei den unteren Steps eher, sagen wir mal, kompletten Müll. Also bis Step 20 war da eher kompletter Müll. Und das ist bei den anderen zum Beispiel anders. Wenn ich hier zum Beispiel DPM2 nehme, da kann ich hier mit Step 15 eigentlich schon was anfangen. Definitiv. Und das kann ich hier, ich weiß nicht mal, was das darstellen soll, wenn ich das sehe. Klar, das soll ein Mensch darstellen, aber so wirklich, ja, keine Ahnung. So, dann haben wir die Karas. Die Karas sind quasi noch mal das gleiche oder ähnliche wie hier bei den Euler, LMS, Heun und so weiter. Die haben auch LMS Karas und DPM2 Karas im Grunde das gleiche Ergebnis. Und das wird nach hinten heraus sogar noch schlechter. Also auf jeden Fall sollte man dort nicht über Step 50 rüber gehen. Die werden sogar noch schlechter am Ende. Aber bis zu dem bestimmten Step wird die Qualität erhöht und danach geht sie erst bergab. Gut, da habt ihr aber auch in beiden Fällen das gleiche Ergebnis, mehr oder weniger. Ich habe übrigens, das ist vielleicht auch gut zu wissen für diese Tabelle, die Gesichtsrekonstruktion, die habe ich abgeschalten und dennoch haben wir da teilweise richtig schöne Gesichter. Das ist nur hier jetzt bei Karas nicht der Fall. aber das liegt daran, dass das kein Close-Up ist am Ende. Aber das ist auch nicht unbedingt der Sinn dieser Tabelle. Es geht nur darum, zu verstehen, was die einzelnen Sampler machen und was Steps bewirken. Dann DPM2A Karas ist wieder sehr kreativ und verändert das Bild mehrfach. Also da kann wirklich hier aus dem Bild hier plötzlich das hier werden und dann das hier. Also da kann man überhaupt nicht vorher sehen, was dabei rauskommt. Das ist natürlich immer ein bisschen tricky, aber gut zu wissen definitiv. Dann haben wir noch DD-AIM und PLMS. Da kommt auch wieder das Ergebnis am Ende raus, welches hier oben rauskommt. Aber die sind eher fürs Inpainting gedacht. Habe ich zwar trotzdem hier mal auf die Tabelle geknallt, aber die sind eher fürs Inpainting gedacht und nicht für das eigentliche Text-to-Image. Da kann man auch nur bis Step 100 hochgehen, sonst bekommt man immer eine Fehlermeldung. Dann gibt es noch eins, was nicht auf der Tabelle ist. Das ist DPM Adaptive. DPM Adaptive ist im Grunde das gleiche wie DPM Fast, aber da hört der Algorithmus an einer bestimmten Stelle auf und sagt hier ist das Bild fertig und ihr könnt die Steps nicht separat wählen, weil er die Steps auswählt. Er wird dann das Bild so lange malen, bis er sagt, dass es fertig ist. Das war glaube ich das Bild hier in dem Fall. Bei 120 Steps wäre das gewesen. Da hat er gesagt, das war fertig. Das wäre dann quasi das Bild für DPM Adaptive gewesen. Gut, damit haben wir die Sampling Steps und die Sampler mal kurz durchgesprochen. Wichtig zu wissen, Euler, LMS, Heun, DPM2 im Grunde das gleiche Ergebnis. Also da kommt wirklich, wenn ich jetzt hier Euler 40 eingebe, wird ein ziemlich ähnliches Ergebnis kommen, wie bei DPM2. Das hier ist dementsprechend fast das gleiche wie bei Euler gewesen. Dann kommen wir zur Höhe, äh, zur Breite und Höhe. Da hatte ich ja bereits gesagt, solltet ihr vielleicht nicht unbedingt dran rumstellen. Warum habe ich das gesagt? gesagt, die KI wurde mit 512 mal 512 großen Bildern trainiert. Wenn ich da jetzt ein bisschen übertreibe, gehen wir zu Euler A zurück und zu 20, wenn ich da ein bisschen übertreibe und sagen wir mal, wir machen jetzt Höhe 1024, 512 mal 1024, da sind jetzt nämlich zwei Mädchen drauf zu sehen und das ist definitiv nicht, was wir wollen, weil die KI kommt nicht damit klar, die arbeitet mit 512 mal 512 Bildern, hat jetzt zwei 512 Bilder übereinander geparkt, da gibt es dann den Hi-Res Fix für und wenn ich damit generiere, dann korrigiert er das quasi, dann rendert er erst eine kleine Version des Bildes in 512 mal 512 beispielsweise und zieht es dann auf zu einem größeren Bild und dann haben wir eine korrigierte Version ist natürlich nicht das Bild was ohne Hi-Res Fix rauskommt sondern ein anderes aber ist dennoch ein deutlich besseres Ergebnis gut also Hi-Res Fix für alles was sehr hohe Auflösungen sind das werdet ihr dann selber merken wenn da Fehler auftreten also zum Beispiel wenn ihr 1 zu 2 macht es ist aber auch manchmal unterschiedlich manchmal ist es auch schon bei 1 zu 1,5 so manchmal funktioniert es manchmal nicht dann haben wir noch Restore Faces habe ich bereits erklärt und da gibt es zwei verschiedene Varianten im Grunde beziehungsweise drei verschiedene Varianten unter Settings könnt ihr bei Face Restoration eine der drei Varianten aussuchen Codeformer GFP GA oder Known wir wählen jetzt beispielsweise mal Codeformer aus das haben wir glaube ich schon beim letzten Video benutzt drücken auf Apply Settings ganz wichtig und gehen rüber zu Text to Image und Restore Faces aktiviert jetzt hat er das Ganze aber eher mehr so einen Fotostyle gegeben und nicht so einen künstlerischen Style das gefällt mir nicht so war ja eigentlich ursprünglich nicht unsere Idee bei dem Bild und dementsprechend ändere ich die Settings zu GFPGA Apply da kann es sein dass er das Ganze noch ein bisschen runterladen muss gut und wenn er das alles runtergeladen hat dann wendet er das auch gleich an und das sieht schon ein bisschen andere Gesichtsrekonstruktions Variante gut dann habt ihr unter Settings auch ein Slider wie stark das Ganze sein soll wie stark die Gesichtsrekonstruktion sein soll 0 für Maximum Effekt 1 für Minimum Effekt ich finde das jetzt so wie es hier ist eigentlich sehr schön gut dann haben wir Batch Count Batch Size Batch Count bedeutet so viel wie wie viele Bilder soll er nacheinander mit den gleichen Settings machen sagen wir mal er soll jetzt zwei Bilder machen dann macht er mit zwei Bilder Batch Size bedeutet so viel wie viel Bilder soll er gleichzeitig machen in einem einzelnen Batch da würde ich vielleicht nicht zu viel einstellen weil da kann es schnell passieren dass das Ganze dann natürlich abstürzt beziehungsweise was heißt abstürzt dass er dann out of memory geht ihr bekommt eine Fehlermeldung dann hier angezeigt bekommt dann hier auch kein Bild angezeigt das Programm stürzt dann nicht ab aber ihr bekommt halt eine Fehlermeldung Batch Size dementsprechend vielleicht nicht unbedingt anpassen kann man machen ich kann jetzt zum Beispiel mal probieren Batch Size 2 und dann macht er quasi zwei Bilder gleichzeitig und das funktioniert auch ja ist aber auch nicht schneller als wenn ich sie nacheinander mache würde ich jetzt einfach mal behaupten gut bekomme ich aber dieselben Bilder so gut dann kommen wir zum nächsten CFG Scale was bedeutet CFG Scale CFG Scale bedeutet quasi wie nah soll er an diesen Prompts sein beziehungsweise wie kreativ soll er sein je kleiner die Zahl desto kreativer ist die AI also kreativ in Anführungszeichen und je höher die Zahl desto mehr hält sich die AI an die Wörter oben da habe ich auch eine kleine Grafik vorbereitet eine kleine in Anführungszeichen eine ziemlich große Grafik und zwar haben wir CFG Scale in Verbindung mit den Steps wie ihr seht haben wir da ein sehr ähnliches Problem wie bei den Steps das bei den Steps nicht unbedingt klar ist dass je mehr Steps ich habe desto besser das Bild wird das ist nicht unbedingt der Fall und genauso ist es bei CFG Scale je mehr CFG Scale desto besser ist das Bild nein nicht unbedingt weil so wirklich verstehen tut er das auch manchmal nicht was du von dem willst und dementsprechend macht er da teilweise auch sehr komische Farben und so drauf da sollten wir die KI schon ein bisschen mehr Freiraum geben der KI mehr die eigene Arbeit machen lassen wie gesagt je weniger CFG Scale desto mehr Eigenverantwortung hat die KI und desto sagen wir mal kreativer wird das Bild muss nicht unbedingt gut sein aber zum Beispiel ein CFG Scale von 7 was standard eingestellt ist ist eigentlich relativ gut bekommt man richtig gute Ergebnisse eigentlich da muss man nicht viel ändern ich würde sagen jetzt bei 5 bekommt man auch noch gute Ergebnisse aber alles was drunter ist da kommt nichts wirklich Gutes raus und umgekehrt bei der Skala würde ich hier sagen dass zwischen 11 und 13 sagen wir mal die 12 vielleicht das höchste ist die 13 könnte man vielleicht auch noch mitnehmen aber danach geht es ganz schön schnell bergab das Ganze wird sehr schnell schlechter gut haben wir das Ganze auch einmal geklärt wir haben das ich habe das Ganze auch noch nochmal mit den Samplern und verschiedene CFG wie gehen die denn damit um die verschiedenen Sampler da haben wir einmal Euler A den haben wir gerade eben schon gesehen der wird immer schlechter je mehr CFG scale drin ist und das trifft eigentlich auf alle zu wie man sieht vor allem auf dpm fast da trifft es am schnellsten zu tatsächlich hier ist bei CFG scale von 9 bereits eigentlich schon das Bild komplett hinüber gut und wie ich sage da verbessert der CFG scale eigentlich im Grunde kein Bild also ein zu hoher CFG scale verbessert die Bilder auf keinster Weise also da müsst ihr auch gucken das ist immer relativ unterschiedlich für die Sampler jeweils aber ihr könnt so eigentlich denke ich mal als Faustregel dass wirklich so 15 vielleicht das Maximum sein sollte bei euch CFG scale und das Minimum vielleicht wirklich 5 gut dass ihr das mal gehört habt ihr könnt die Tabellen runterladen ich werde die in die Videobeschreibung packen dann könnt ihr euch alle Tabellen angucken die ich erstellt habe und dann selber auch eure Schlüsse ziehen vielleicht kommt ihr da auch zu anderen Schlüssen als ich in jedem Fall 7 ist eigentlich ein guter Wert man könnte auch auf 8 oder 9 gehen man kann auch halbe werte machen 7,5 etc ist auch möglich so dann kommen wir zum Seed da habe ich jetzt einen festen Seed eingetragen ihr könnt auch einen zufälligen Seed machen aber ich wollte dasselbe Bild herausbekommen was ich vor dem Tutorial rausbekommen habe und ja jetzt kommt der Knackpunkt wenn ihr alle Einstellungen gleich habt inklusive den Seed bekommt ihr auch immer das gleiche Ergebnis raus wenn ich jetzt auf Generate drücke bekomme ich das gleiche Ergebnis wie gerade eben wenn ich den Seed ändere bekomme ich ein völlig anderes Ergebnis ich kann hier auf den Würfel drücken dann macht er mir minus 1 und dann bekomme ich einen zufälligen Seed ich kann aber auch auf das Recycling Symbol drücken und dann nimmt er den Seed den ich beim letzten Mal hatte also in dem Fall den hier unten steht der Seed dann auch nochmal den ich beim letzten mal hatte gut also der Seed ist quasi der Ausgangswert damit fängt die KI an zu arbeiten mit dem Seed und dadurch unterscheidet sich das Ergebnis teilweise enorm wenn ich einen anderen Seed nehme ich nehme jetzt einfach mal einen völlig anderen komplett random dann unterscheidet sich ob das Bild jetzt besser schlechter oder genauso gut ist das ist dann immer Zufall das ist komplett dem Zufall überlassen aber wie ihr seht das Bild sieht doch eigentlich ganz ordentlich aus mal gucken was wir noch so bekommen und wir bekommen ja eigentlich nur halbwegs vernünftige Ergebnisse würde ich sagen also mit denen kann man definitiv weiter arbeiten aber das sollte man wissen wenn ich jetzt beispielsweise sage oh das Bild gefällt mir aber ich würde dasselbe mit anderen Prompts vielleicht mal ausprobieren dann drückt ihr hier auf Recycling ändert die Prompts nehmen wir zum Beispiel mal Dramatic Lightning raus und drücken auf Generate und dann gucken wir mal was dabei rauskommt und zack bumm ein ähnliches Bild also ihr könnt definitiv mit den Seeds arbeiten wenn ihr die gleichen Seeds verwendet bekommt ihr auch relativ ähnliche Ergebnisse was mit zufälligen Seeds natürlich nie passieren wird das ist wichtig zu wissen Seeds auf jeden Fall Seeds vielleicht irgendwo dann abspeichern und da kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt speichern standardmäßig ist in den Settings eingestellt Always Save All Generated Images er speichert alle generierten Bilder ab wenn ich auf das Ordner Symbol drücke dann öffnet er mir meinen Ordner und hier sind alle Bilder die ich generiert habe die müsstet ihr alle schon mal irgendwo in meinen Tutorials gesehen haben und ja das sind alle Bilder und dort steht auch immer der Seed drinnen hier steht der Seed direkt hier erst steht die Bildnummer also jetzt Bildnummer 14 und dann steht hier der Seed und dahinter stehen die Prompts die Prompts passen nicht ganz rein weil Windows halt eine maximale Dateinamenlänge hat aber beispielsweise jetzt hier oben haben die Prompts perfekt reingepasst können wir mal versuchen ein Bild nachzuarbeiten wir doppelklicken einfach hier auf den Seed kopieren uns den raus ähm den Seed und dann machen wir das gleiche einfach mal mit den Prompts und mal gucken ob wir wirklich dasselbe Bild bekommen oder ob ich euch hier anlüge ich hoffe die anderen Settings sauen so hin aber müssen eigentlich und dann bekommen wir eigentlich dasselbe Bild oder wo war es da ne bekommen wir nicht warum nicht ach weil ich ähm das falsche Model verwendet habe es liegt nicht an der Face Restoration ähm wir bekommen nicht dasselbe Bild weil ich ein anderes Model verwendet hatte ich hatte das ähm kleinere 4GB Model verwendet und das können wir jetzt auch verwenden natürlich ähm und dann kommen wir bekommen wir auch das gleiche Ergebnis also ich will hier einfach das andere Model drücke auf Generate und dann generiert er mir ein Bild und ich bekomme auch dasselbe Ergebnis perfekt und schon habe ich exakt dasselbe Ergebnis und das ist sehr gut zu wissen das Model muss auch natürlich bekannt sein an der Stelle gut haben wir das auch geklärt ihr könnt natürlich auch bei Settings ausstellen dass er jedes Bild speichern soll dann speichert er nicht jedes Bild und ihr müsstet manuell über den Save Button speichern dann speichert er das aber in einen anderen Ordner dann speichert er das rein bei habe ich noch nicht den Ordner drücken wir mal auf Save dann müsst er den Ordner eigentlich auch erstellen hier bei Log Images und dann haben wir es hier also wenn ihr Save drückt speichert er das in einen anderen Ordner rein nicht in den selben Ordner wie alle anderen Bilder das ist gut zu wissen ihr könnt nämlich einfach alle Bilder immer speichern und alle die euch wirklich gefallen haben könnt ihr nochmal extra saven dann vielleicht auch wichtig ist zu wissen dass ihr auch mittlerweile der ist jetzt neu der war im letzten Video noch nicht drin ein History Tab habt da könnt ihr Renew Page und dann habt ihr hier alle generierten Bilder die ich jetzt generiert habe und kann auch die Page Nummer verändern und bekomme auf jeden Fall die ganzen Ergebnisse angezeigt wenn ich sie haben möchte und wenn ich jetzt ein bestimmtes Bild einfach wieder ausprobieren möchte zu generieren und vielleicht ein paar Prompts ändern möchte klicke ich jetzt beispielsweise hier auf das Bild dann habe ich hier die General Info entweder kopiere ich mir die raus und kopiere mir die hier rein und drücke dann auf den Pfeil hier und dann stellt er mir alles so ein er muss jetzt kurz das Model laden das dauert ein bisschen oder ich klicke einfach auf Send to Text to Image wenn ich klicke da macht er genau das gleiche gut jetzt hat er das Model geladen ich kann generieren ich bekomme wieder mein Ergebnis ich kann aber allerdings auch wie gesagt einfach auf beispielsweise Send Text Text Image und dann sollte das eigentlich funktionieren oder auch nichts hier steht auch ein Error ich bin blind warum steht ein Error keine Ahnung irgendwie hat er da die Informationen nicht gespeichert doch jetzt geht es wieder komisch egal keine Ahnung warum es nicht ging ich habe das nicht programmiert jetzt geht es auf jeden Fall da haben wir es und so könnt ihr dann einfach auf die entsprechenden Bilder ihr drückt Send to Text to Image dann stellt er alles so ein ihr seht er hat wirklich alles so eingestellt wie es war und dann können wir das Bild nochmal neu generieren das war es erstmal beim nächsten Mal werde ich eine coole Prompttechnik zeigen mit der ihr eurer Kreativität noch mehr Ausdruck verleihen könnt aber das sollte erstmal reichen und ich danke an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal meinen finanziellen Unterstützern Nafrayu und Mr. Drachenteufel danke dass ihr Tier 2 Channel Member seid yay ich brauche auf jeden Fall die finanzielle Unterstützung für die nächsten Events da wird es wieder Preise geben es wird nämlich auch ein cooles Stable Diffusion Event geben aber auch RPG Mega Events wird es natürlich auch weiterhin geben da kommt natürlich noch cooles Zeug auf euch zu und wenn ihr wunderschöne AI Art generiert habt könnt ihr diese gerne auch bei mir in Discord teilen Link in der Videobeschreibung kommt in mein Discord teilt eure AI Art ich habe da mega Bock drauf was richtig cool ist von euch zu sehen also Tschüssi bis zum nächsten Mal und ich hoffe wir sehen uns bei mir im Discord